Was ist Pitch? Ja, manche sagen dazu Pitch-Twitch, weil sie diesen Köder eigentlich auch sehr gerne als sogenanntes Twitch-Bait verwenden können. Der hat eine feine Vibration, sie können auf unterschiedliche Arten und Weise führen, sie können ihn twitchen, sie können ransammisiert unterschiedlich schnell einholen. Dieser Köder ist eigentlich ursprünglich für den Zander gemacht, aber auch die Hechte nehmen ihn sehr gerne, auch Wolfsbarsche nehmen ihn sehr gerne und ganz besonders Rapfen. Rapfen an den Flüssen lieben unseren Pitch. Der Köder lässt sich sehr weit werfen, der ist 8,5 cm lang und ca. 8 Gramm schwer und aufgrund seiner spezifischen Bau können sie ihn ganz präzise werfen, ohne dass er in der Luft irgendwie Schnurdrall macht. Also ich kann ihn sehr gerne empfehlen, wenn sie irgendwo auf Rapfen gehen oder auf Zander gehen, also diese Köder wird sie nicht enttäuschen. Dann geht's mal. Wirche 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 Ich feremos wir Vielen Dank.